Moin Moin, ich bin´s, euer Flatti. In meinem heutigen Video werde ich wieder eine Train-Challenge machen. Dieses Mal habe ich mir gedacht, ich trinke Rote-Bete-Wasser. Bevor ich gleich damit anfange, möchte ich noch folgende 5 Leute grüßen. Grüße gehen raus an Chris Feldo, Tuschtok LP, Mattes, Matti, Philipp Calero und Konstin Dichte. Die Leute, die ich gegrüßt habe, werden ebenfalls dazu nominiert, Rote-Bete-Wasser zu trinken. Außerdem dominiere ich noch den YouTuber Natururin. Seinen Kanal verlinke ich in der Infobox. Mal schauen, ob er die Challenge antreten wird. So, nun öffne ich erstmal das Glas. Gucken, ob das klappt. Tatsache. Gucken, ob ich das Wasser so in das Glas gut komme. So, das Wasser ist fast komplett raus. Lassen wir noch ein bisschen abtropfen. So, die Rote-Bete bewahren wir für später auf. Ich habe doch schon seit Jahren nicht mehr gegessen. So, gucken wir mal, ob ich das auf Ex schaffe. So, Prost. So, ich habe es aufgeschafft. Ich komme nochmal nach vorne. Ihr seht, komplett leer. Und das Wasser ist ein bisschen eingefärbt. Ich hoffe, das hat euch irgendwie etwas unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Hm. Ok. Ah.